einen schönen guten tag und willkommen zurück zu wolfenstein zu ortblatt so dann würde ich da weitermachen wo ich letzt mal aufgehört habe mit den sechsten kapitel ruin so okay die taverne wo blaskowitsch war oder ist ist ein bisschen ramponiert weil helgas leute haben halt ein zugang frei gemacht so eine art krypto agrar und ja das hat die ganze stadt wulfsburg oder hat zumindest die taverne ein bisschen durcheinander gebracht und dies natürlich entkommen ich schaue mich hier noch einmal um das haben wir hier helgas tagebuch eintrag hier geht es nicht weiter gut dann mache ich mir mal hier am weg frei ist mir da mal heilung mehr heilung munition stimmt ich habe noch nicht mal waffen okay weil ich als ein butler getart war weil er der bj besser gesagt mehr heilung heilung ist voll ein bisschen rüstung klingt ein bisschen ungesund das ganze ich habe hier mein rohr ok anscheinend sind hier die ganzen nazis hier mutiert also ich habe noch nicht mal wurfmesser rotflinte ok ok wow meine güte ne bist du aber schnell drauf ha 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 ok 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 dessen brauche ich nicht aber einen helf noch nicht so dann geht es hier weiter durch die küche naja aus und weil diese ganzen som ist stimmt ich habe hier keine waffen dass ich freuen weg mit dir ok dass der kopf zerplatzt So ein Fick hier, ok Ah, komm her Ja, ja, Militärtechnik funktioniert immer, ok, ein Helm Ok Ok, das ist noch eine Rüstung, eine mittlere Munition Das heißt, es ist zurück zum Bootshaus Oh, was ist hier passiert Pimba Pimba Hat es erwischt Schade, Agent 2 ist von uns gegangen Aber so hat es sehr schick aus, die kleine Pimba Oh Oh Ok, äh Tja, Pimba, tut mir leid Was war das denn? Lass mich jetzt mal ein Boot auf meine Sachen doch einpacken Äh, packen Äh, packen Ok, äh, ok Gut Der eine ist zerplatzt aus unerklärlichen Gründen Äh, äh, ok Ich habe keine Akimbo Variante, ok Ritual Weg mit dir So, mal schauen Oh Oh Verdammter Hölle Was ist das Oh Oh Was ist das Was? Ich bin hier. So. Ah, komm schon. Meine Güte, nein. Diese verdammten Hose sind gut. Ich hoffe, ich habe echt was denn in den Links gespürt. Ich hoffe, ich habe ihn. Ich dachte schon, habe ich überhaupt mal ein Scharfschützengewerb. Oh, komm mal her. So, Heilung. Ah, Messer brauche ich. Was haben wir da? Granaten. Neue Rüstung. Überall diese Zombies oder was das für Dinger sind. Oh. Oh, ja. So, Munition mitnehmen. Meine Güte. Okay, eine neue Rüstung gefunden. So, weg mit euch hier. Sonst noch was? Boah, wo bin ich denn hier? In so einer Art Krankenhaus oder so? So, jetzt geht es hier weiter. Okay. Okay, Kessler ist in der alten Stadt. Oder Altstadt. Oh. Okay, muss noch ein ganzes Stück noch mal laufen. Echt jetzt? Ah, da sind noch zwei. Okay. Einige können sogar ziemlich schnell sein. So, na schau mal, ne? So, na schau mal, ne? Hast du geklappt? Ach, hier, Munition. So, okay. Ah, mir geht die Munition, äh, fürs Sturmgewärm. Oh, kommst du auf einmal her? Okay. So. Durchschlagen? So, okay. Kann ich hier nochmal durchschlagen? Mal Helm mitnehmen? Okay. Ah, die Zombies, äh, die können nur in Masse was. So, wie es aussieht. Okay, hier ist ein Ex-Funition. Okay, bisschen habe ich ja. Ein ganzes Magazin, okay. Jetzt zurück zum Brotshaus. So, wie hier. Ah, perfekt. Drei Raketen. Für die Kampfpistole. So. Hier rauf. So, okay. 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 Hä, ich habe meine Doppelläufige Schrotflinte wieder. Okay. So, und damit gehe ich jetzt auf Zombiejagen. Okay. Schau an das. Das sind die Nazis. Ah, ich weiß nicht, irgendwie klickt die Doppelläufige nicht wuchtig genug, habe ich das Gefühl. Okay, das ist ein dicker. Okay, der Zerpli ist auf den Schuhsatz. Okay. Ne, einfach ab. So. Ah, noch einmal durchschlafen. Okay, mach mal zu. Oh, das rechnet immer noch. Okay, äh. Himmel nehme ich mal mit. Okay, den Sprung nicht geschafft. Okay, das ist eine mittlere Rüstung. Okay. Okay, das ist eine mittlere Rüstung. Ja. Okay. Na, aha, okay, der eine sch... Oh. Weg mit dir. Okay, äh. Jetzt kommt natürlich die Frage auf hier. Ist das jetzt so eine Stelle, wo... ...wo eigentlich viele Nazis regnet? Na, vielleicht? Okay. Okay. So. Na, da war... Achso. Gut, dann gehe ich mal zum alten Pumpgebäude. Aber die sind mit einem Schuss tot. Was ich schon mal richtig gut finde. Ah, okay. Ich muss da weiter schwimmen. Gut, dann schwimme ich mal weiter. Herr Kessler, ich muss sie finden. Woher weißt du, dass sie noch hier ist? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Das ist nur sein Gefühl. Bedeutet sie dir viel? Ich muss an sie denken. Die ganze Zeit. Dann werde ich für sie beten. Dass sie dich wiederfindet. Okay, äh. Annette sucht jemand Bestimmtes. Interessant. Oh, Schmiede. Oh. Leider zu. Ah, guck mal. Na gut. Dann würde ich mal sagen. Ab in den Altraum. Okay, okay. Ne, das ist nur eine Pflanze. Mal schauen hier. Ja, das ist schon wieder hier so ein großer Startraum. Was ich gar nicht gut finde. Was ich gar nicht gut finde. Was ich gar nicht gut finde. Okay. Auf jeden Fall habe ich schon mal den Ausgang gefunden. Und dann gehe ich mal durch die Tür. So. So. Okay. 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 Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube, dass da ein SS-Offizier ist. So. Mal schauen. Mal schauen. Oh. Okay. Dann gehe ich mal durch die Tür. Oh. Pauls Raum. Ah. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Oh. Mal schauen. Geh ich dann durch die Tür? Okay, Vorratsraum. Karte ist... okay. Einmal 6 Schauen. So, dann gehe ich mal einmal da durch. Ich habe dich gesehen. Oh, komm mal her. So. Was haben wir hier noch? Jede Menge Essen. Ah, guck mal, den Schlüssel. Ist hier noch was? Kann jetzt sein, dass hier noch was ist? Ne. Ne, dann bin ich hier. Äh... Durch mit dem Raum. Was sonst? Okay, das war der Außenraum. So, wo bin ich jetzt hier? Okay. Einmal ums Eck schauen. Gut. Keiner da. Okay. Okay. Äh... Privatgemisch, würde ich jetzt mal sagen. wo... Wo? Meine Güte, ne? Die Dicken können schon echt lästig werden. So, okay. Das neue Bereich. Okay. Ah, verstehe, wo ich jetzt bin. So, ich bin jetzt praktisch einmal im Kreis gerannt. Okay. Gucken nochmal. Jo. So, dann geht es hier weiter. So, du bist raus. Okay, äh... Ja, ich gehe links rum. Oh, da ist noch einer. So, scheint auch eine Art Außenraum zu sein. Ja, dann gehe ich durch die Tür. Okay. Kleiner Raum. Keine Ahnung, welchen es denn der hat. Oh, na? Ah, gucke mal. Ach komm, nehme ich mit. So. Äh, zack. So, mal schauen. Okay, dann bin ich hier durch. Dann kann ich geradeaus durchlaufen. Durchlaufen. So, mal schauen. Oh, das ist ja noch einer. So, dann einmal durch die Tür. Okay, Vorratsraum. Ist auch ein Postraum. Treff ich nicht? Na, wahrscheinlich nicht. So, da war noch ein zweiter. Den will ich haben. So, alle erledigt. Okay, okay. Dann gehe ich einmal durch die Tür. Okay, da läuft einer. Gut. Gut. Okay, auf jeden Fall jede Menge von den, äh, Leuten hier. So, dann einmal hier mal reinschauen. Okay, äh, da bin ich jetzt in so einer Art langen Gang. Interessant. Ach, von der anderen Seite. Ah, gut zu wissen. Äh, okay. Dann einmal rausziehen. Weiß ich Bescheid. Das ist ja alles der große Raum ist. Von hinten überrascht. So, okay, äh, ach, da bin ich wieder in den Startraum. Verstehe. Okay. Äh, den Schlüssel habe ich ja. So, zack. So, mal schauen. Okay, da ist der Ausgang. So, Ausgang habe ich schon mal. Okay, Schlüssel. Ach, verstehe. Ja, dann, äh, hatte ich die Möglichkeit gehabt, den Ausgang in zwei Richtungen zu, sagen wir mal schnell, zu betreten. So, das war hier die große Kammer. Okay. Brunnen. Vier Brunnen. Keine Ahnung, was das für ein Raum herstellen sollte. Ah, okay. So, ich muss mal schauen hier. So, ich muss mal schauen, hier. Tütütütütütütüt. Boah, komm mal her. Meine Güte, ne. Okay. Ne, weil die Tür führt mich hier zu den einen Raum wieder. Und ich habe hier nicht mehr so viel zum Erkunden. Doch. Ah, na, Geheimnis. Okay, Munition ist hier voll. Heilung. So. Ja, okay. Dann. Das, das, das. Gut. Dann einmal hier durch den Gang. Okay, verstehe den Gang. Weil dann hätte ich, äh, welche von links und rechts halt beschossen worden. Wenn ich den Gang genommen hätte. Aber das war nicht der Fall. Okay, kein Geheimnis. Ja, dann bin ich hier fertig, würde ich mal sagen. Oder habe ich irgendwas noch übersehen? Ne. Achtung, hier. Was habe ich hier übersehen? Okay. Langer Raum mit dem Tisch. So, dann würde ich mal sagen. Abrichtung, Ausgang. So. Dann einmal hier. So, dann würde ich mal sagen. Bin ich hier fertig. So, Alptraum-Level bestanden. Okay, hier muss ich hoch. Gut. Hier auf. Okay, keine Gefahr. Okay, äh. Links oder rechts? Okay. Ich laufe mal links. Okay. 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 Schnell, äh, da durch. Schockgewehr? Ja, funktioniert doch wesentlich viel besser. Ja. Na? Ja. Vorsicht! Okay, ich spiele Hempf hier. Ah, was? Weg mit dir. Okay. Gut. Und zack. Ach komm. So, mal schauen. Okay. Ich glaube, das war es mit der Gefahr. Ah, Nutzung. Mehr Munition. Okay. Okay, mehr Helme. Wie viele Helme hier rumliegen. So, bin ich hier überhaupt richtig? Okay. So. Du bist sogar schon mal voll. Okay. Okay. Ich wechsel meine Position. Ne? Okay. Noch ein Helm. Munition. So, noch ein Helm. Bisschen Heilung. Okay. So, du hast dich vergab. Ich bin, glaube ich, in der Sauna, würde ich mal sagen. Das war eine Zombie-Apokalypse. So, Munition. Okay. Okay. Ist hier noch was? Nein. Okay. Nehm ich hier auch. Man, da kommt. Das ist das? Ah! 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 Why do they hate us so much? Cause their brains got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. I have been here before. The week after Weihnachten. My friend, she made me sneak in here so we could look for the bathhouse ghosts. The heating was off because of the bombs, and there was ice in the pool. We danced to Grandma from Rutgers in her Obamac office. And I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. BJ. Okay, ich soll Annette, äh, helfen, weil sie sucht jemand ganz Bestimmtes. Ich glaub, ihre Oma oder so. So, okay, Artikel extra. Wolfsburg, äh, Zivilisten order, äh, zur Evakuierung. Okay, dann helfe ich ihr mal hoch. Okay, dann helfe ich ihr mal hoch. Ja gut. Dann helfe ich Annette mal heben. Listen, I can come with you. No, silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. So, schnell mal einmal rüber. Okay, das war Kessler. Ah, okay, verstehe. Äh, äh, ich bin ja durch dieses, äh, durch diese Sauna gegangen halt. Und da hab ich jetzt Annette halt geholfen. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, Kessler zu helfen. Okay. Okay. So, Notiz von einem Nazi-Offizier. Hahaha. So, mal schauen. Okay. Das war schon ziemlich nett, äh, eingetrichtert oder eingefädelt. Einfach so, äh, du hast hier die Wahl zwischen links und rechts und dann, ja. Was haben wir da? Was haben wir da? Äh, Nacht des, äh, Nacht, äh, ja, Nacht des Feuers. So. Was haben wir hier? Da muss ich... Was ist richtig? Jetzt muss ich Helga aufhalten. Ja. Okay. Okay. Ne? Ach so. Ah, okay. Ah, Levelausgang. Ah, perfekt. Na. Na. 超 next. Ah, okay. Ah. Ah, pah. So, dann würde ich mal sagen, war es das auch wieder fürs Erste. Das nächste Mal geht es dann weiter mit dem siebten Kapitel, Altstadt. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch wieder fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.